Wir haben die Karte! Zeitreisen sind spitze! Wir haben einen Kristall! Ich bin so verwirrt! Wo ist er? Wo ist er? Hast du was verloren? Wer bist du? Eggman! Dr. Eggman! Aber nenn mich einfach Held, der mich gerettet hat, damit ich ihm von meiner Technologie erzählen und ihn noch stärker machen kann und... Ach, weißt du was? Nenn mich einfach Boss! Wer glaubst du hat dafür gesorgt, dass du diese Roboter hier findest, du nutzloser Haufen Kohlenstoff? Habe ich mich etwa als Boss bezeichnet? Ich meinte natürlich gleichberechtigter Partner! Na gut, 60-40! Du bist ein rater Brocken! Ich nehme an! Oh! Du bist ja noch nervenaufreibender als dieser Igel! Igel? Macht er dir etwa Ärger? Ärger? Er hat mir meinen süßen Triumph versauert! Wegen ihm konnten die Vorzeitlichen mich in dieses Gefängnis stecken! Und nun hat er vermutlich meine Karte! Wenn du sie mir zurückbeschaffst, lass ich dich leben! Wir sind im Geschäft! Handschlagen! Allerdings reicht mir natürlich auch dein Wort!